Ich bin der beste Titmacher in der Welt. Der König von Mallorca muss überleben. So, der Partyprinz trifft den Eimkönig. Hallo Manni! Hallo Partyprinz, wie geht's dir? Gut, und selbst? Sehr gut. Es macht viel Spaß, das Leben. Und wichtigste, ein Gruß an meine lieben Fans. Ohne den wäre ich überhaupt gar nichts geworden. Dann wäre ich doppelt null. Ohne den Fans wäre ich kein Eimkönig geworden. Stimmt das, deine Fans sind auch der Füchtigste. Ja, ganz genau. Ohne die Fans ist man gar nichts. Du hast das Recht, du hast das Hass. Das ist sehr gut. Sag mal, bist du nur mit deiner schönen grünen Mütze hier? Oder wo hast du deine Brüder auch mitgebracht? Die sitzt da! Da sitzt ihr! Dann lass uns mal hinsetzen. Wir sind auch immer dabei. So, ganz ehrlich, der Manni hat ja gesagt, unsere Fans, das sind keine Fans, das sind unsere Freunde. Und wir haben sie so lieb, die sind wie Familie, praktisch gehören zu uns. Wir machen für die alles. Wir sind dankbar, dass die uns gucken und wir so viel Spaß haben können, weil die das uns bringen, den Spaß, die lachen mit uns. Wir sind einfach happy. Die luden aus. Einfach gut, oder? Klar. Du bist ja klar. Ja! Willst du jetzt in den Dschungel gehen, oder was soll das andeuten? Ja, er will in den Dschungel gehen. Ich will in den Dschungel gehen. Ich wollte gerne in den Dschungelcamp gehen. Es sind mittlerweile hunderttausende Menschen, die wollen, dass ich in den Dschungelcamp gehe. Aber wenn ich da reinkomme, mache ich es garantiert für unsere Fans. Ich glaube, wir sind garantiert Dschungelkönig. Und besonders die heißen Mädchen. Ich liebe sie doch alle. Und die lieben mich auch alle. Welches heißes Mädchen hättest du denn gerne im Dschungel? Äh, irgendeine mit dicke Titten und schönen, fetten Arsch. Das Geilste auf der Welt. Der liegt mal ein bisschen, man liegt mal anständig zwischen die Schenkel, fliegt mal zwischen die Schenkel nicht mehr raus. Das ist geil. Der Geilste auf dieser Welt. Du bist ein altes Ferkel, Uwe. Ein altes Ferkel. Ey, Junge, ich meinte ganz ehrlich, wir lieben doch auch die Mädchen. Aber nicht so versaut wie der Uwe. Ein Mädchen ist eine Prinzessin. Ein Mädchen muss man danach behalten. Man darf sie doch lieb haben, oder? Ja. Die Romantik ist wichtig, oder? Die pure Romantik. Die lieben alle mich. Wie stolz wart ihr denn auf euren Manni, als er hier Almkönig wurde? So, ich hab jeden in die Szene geguckt. Ich bin absolut stolz auf Manni. Ich hab mir auch bedankt, aber ich bedanke immer auch an alle Fans, an unsere Freunde, dass sie den gewählt haben. Sonst hätte keiner den gewählt. Das ist Doppel Null gewesen. Doppel Zero. Ohne Fans wäre mal gar nichts, korrekt? Ich bin stolz für sich verhalten dazu, alle. Die waren alle auf den, also auf die allen. Die allen, sagte Manni immer. Die waren so lieb, alle. Die waren einfach happy. Ich sag an alle, die was da da waren, egal wer das war. Ihr seid für spitze gewesen. Ihr habt alle den ersten Platz. Jungs und Mädchen. Verdient alle. Und der Sepp war lieb und nett, unser Bauer. Der Sepp hat's lieb. Das war ganz lieber. Und mit der Kleinen hast du an der Decke Kruschelbeni an der Tipp gespielt, wa? Du bist ein altes Ferkel. Da redet man nicht drüber. Nee, 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 nee. Aber von der einen hab ich sie auch gesehen, eingegipst. Da war ich ja gerade nicht da. Aber die hat sie frei gehabt. Wir waren da gerade fischen, du Ferkel. Du bist der Ferkel. Du hast sie nicht verboten. Aber Manni, weiß was das Beste war? Wie die Höhle im Schweinestall warst. Wie die Schweine bald die Nüsse abgebissen haben. Meine sind noch dran. Du hast aber keine gehabt. Der Uwe, bei dem Uwe sind sie abgefahren. Scheiße. Du sag mal, heute nach dem Haufenprinzip. Wie würdest du die Mädels heute einteilen hier im Go-Park? Ganz einfach. Die Mädchen kann ich nicht in Haufenprinzip. Die Mädchen sind alle. Erste Sachen, wie man ihr sagt. Das sind kleine Prinzessinnen. Die sind alle. Wenn man die anguckt, wenn man vor die steht. Die sind wunderschön. Das Augenzwinkern, das schöne Lächeln, was sie haben. Ach, herrlich. Also Mädchen sind, wenn wir für die Jungen, da geht die Sonne auf. Ohne die Mädchen wären wir tot. Herr Peter, was wären wir ohne die Mädchen? Und da waren einige heiße Mietzmeid. Die haben ja Ärsche und Titten gehabt. So geil. Aber hier vorne steht auch eine vor uns. Leuchte mal da hinten rüber. Die müssen noch ein bisschen massiert werden. Die hatten noch nichts. Ich bin der beste Tittenmarschel der Welt. Uwe, Uwe. Lass die Kleine zufrieden. Das haben wir gesagt. Nein, lass die Kleine zufrieden. Ey, da ist er. Hinter die Kamera ist auch so ein ganz Spitzer. Hast du gesehen? Der ist spitz. Da, hier ist wieder Uwe. So spitz wie der Uwe. Ja, ja. Ich bin 24 Stunden spitz. Meine Frau hat mir da öfters auf die Nüsse. Ja. Spitz wie Nachbars Lumpi. Genau. 24 Stunden, wenn ich die Titten sehe. Lass ihn weiter träumen. Ich will dir was mit dem Vertrauen sagen. Seit ungefähr 28 Jahren hat er nichts mehr. Seit dem Sohn geboren ist, der 27 die neuen Monate hat. Ich hab's bewiesen. Und jetzt will er sich nur noch abknutschen und sonst nichts mehr. Wir können es beweisen und wir machen es. Wir dürfen da noch. Ich kann es wie Frau beweisen. Ich hab einen Dauerständer. Ja, weißt du was? Er hat hier so einen Radioständer und wie einen Lautsprecher. Und den hat er immer zu Hause stehen. Im Dungelcamp läuft ja bald wieder an. Er würde ja gerne dabei sein, wahrscheinlich mit Gina-Lisa. Ja, dann. Ja, wir als Brüder. Würdest du auch dabei sein wollen? Ja, klar. Ich halte mich raus. Und du? Ich und ja. Obo machte andere Sachen. Ich machte sportliche Sachen. Weil ich sportlich drauf bin. Ich mach's hier die Titten. Also, Gina-Lisa. Also, ich bin dafür gerne zu haben. Ein Tuch auf die Differenzialprobe, wenn ihr noch feuchtet ist. Also, ich denke, ich füge den rein. Marke, du kennst Gina-Lisa nicht? Die ist auch ein nettes, liebes Mädchen. Mann, ruhig. Ich finde, jedes Mädchen ist ein liebes Mädchen. Man muss sich als Mädchen behandeln. Dann kommt auch ein Mädchen raus. Wir können zwar nicht singen, aber wir sind laut. Das ist gut. Wir sind ja nicht nur in D-Mark. Der Muttersender Discovery hat uns komplett übernommen. Deswegen sind wir weltweit. Eine Empfehlung von einem König. Guck dem Partyprinz. Der Partyprinz ist lieb. Und der hinter die Kamera auch. Ja. Und alles Gute vom Partyprinz. Machst du weiter? Wir sind stolz auf Partyprinz und alle unsere Fans. Oh, ey. Ja!